hallo und herzlich willkommen zu einem neuen youtube video liebe freunde heute soll es um den e50m gehen den habe ich euch heute mitgebracht mit folgender konfiguration einmal den turbo einmal den ansatz und einmal den stabi ich spiele das munitionstechnisch komplett ausgeglichen 23 21 24 und habe ganz normales medikit rap kit und die schokolade dabei ja liebe freunde wir befinden uns hier auf der karte war die in dem tatsächlich auch sehr cool match up einer arti zwei lights und ja da kann man immer relativ viel machen wer die letzten videos schon sehr aufmerksam verfolgt hat findet heraus dass wir in dem 10er game mit achtern drin immer sehr sehr aggressiv und aktiv spielen müssen uns integrieren müssen wir können nicht irgendwo ja meistens hinten stehen vielleicht sehen wir dieser runde noch so ein klein bisschen einen anderen change aber im prinzipiellen kann man das ganze so unterschreiben ich ziehe mir jetzt erst mal auf die rechte seite weil ich sage okay wir probieren jetzt erst mal den einen oder anderen hier weg zu snipen auf der karte ist markant hier in der mitte wo der kampfpanzer 50t und der striff k jetzt hier sind dort kann man sich theoretisch auch entstellen um zum beispiel in der es 3 2 die jetzt ungefähr hier vorne ist beschuss zu geben zu beschießen aber im prinzip sage ich da eher ich möchte mich nach hier oben hinziehen um eventuell in den lanzen 10 in udis der halt dementsprechend hier nach vorne fährt früher beschuss zu geben und den vielleicht auch sogar zu spotten ja den kriegen wir jetzt hier auf ich warte ich warte ich warte und gibt den schuss jetzt relativ präzise und amen auch in ruhe durch interessant ist jetzt dass jetzt drei 10er unten in der mitte aufgehen einmal der e3 der e4 und der e 100 diese drei fahrzeuge pushen jetzt gerade so ein bisschen in die mitte durch und unser e 100 der da jetzt an der moschee an der kirche da steht ja er kriegt ganz gut auf die fresse und jetzt muss man ganz klar sagen er macht es gar nicht gut er winkelt sich dort ja ganz schlecht nur an bewegt sich dort falsch raus anstatt einfach dort stehen bleibt und seine hp punkte ja für sich behält wir sehen jetzt hier oben den elc gerade tatsächlich etwas glücklich noch getroffen aber er ist auch auf distanz so ein kleines ding extrem schwer zu treffen muss man schon ab und zu mal ein kleines bisschen glück mit haben ähnlich kennt ihr das auch von den ebrs natürlich braucht man gewissen skill aber irgendwann ist es einfach auch nur noch ein bisschen glück ob er jetzt nach links oder nach rechts fährt erzählen jetzt pushen die 3 10 nach vorne diesen alle drei full hp und zum aktuellen zeitpunkt stets minus 5000 lebenspunkte 0 zu 2 wir gucken uns einmal bitte die mini karte an auf der mini karte könnt ihr jetzt sehen dass der komplette obere bereich den gegnern gehört diese können den jetzt komplett einnehmen und können sogar bis hierhin fahren und hier komplett auf spotten wir haben hier rechts auf dem bereich eine is 3 2 also hier unten steht die und dahinter sehen wir noch relativ wenig unsere gegner sind hier vorne relativ stark am vor pushen drücken jetzt hier rein können sich den oberen bereich nehmen könnte ich das nehmen zum aktuellen zeitpunkt sieht es wirklich gar nicht gar nicht gut aus ein aggressives spiel ist nach rechts überhaupt nicht möglich weil dort einfach noch die su fehlt der achter der jagdtiger fehlt noch und vor allen dingen aber auch die art die kann dauerhaft uns beschießen deswegen habe ich mir gesagt okay ich probiere jetzt erstmal den 50 dp zu beschießen aber erzählt ihr vielleicht schon was passiert rechts piekt die is 32 hoch und darauf möchte ich auch so ein bisschen sensibilisieren diesem video schaut euch vorher die schusskanäle an und vor allen dingen ich habe einen fehler gemacht ich stehe viel zu weit oben wenn die jetzt hier unten stehen würde wäre alles gut aber dadurch dass die is 32 hoch piekt mit der cupola in anführungszeichen über den hügel guckt werde ich gespottet dann können wir nach links gucken und sehen jetzt hier wieder auf der mini karte elc und der scorpion können mich potenziell beschießen und natürlich alles was jetzt hier in dem gelben kreis ist der gelbe kreis ist mein sichtweiten kreis und wenn irgendwo gegner fahrzeuge dort sind können die auf mich schießen können mich sehen und können mich beschießen natürlich ist klar das fahrzeug die unten sind dass der ehren 100 e3 und e4 diese fahrzeuge können mich eben nicht beschießen aus dem einfachen grund da ist einfach hügel und häuser und sonstige sachen im weg das wird jetzt gleich passieren und ich gehe auf nennen was hast du gemacht ich bewege mich so ein bisschen und ich schaffe tatsächlich dass die es 32 bauen ist der 50 dp durchschlägt mich und der scorpion bauen auch als ich bin wirklich mit dem richtigen blauen auge hervon gekommen war kein guter move und dachte mir so okay jetzt musst du was machen jetzt muss was unternehmen ich versuche mich jetzt in diesem moment mal wegzuziehen und auf die andere seite zu fahren also wir sagen hier rechts kann ich kaum bis gar nicht helfen ich versuche mich jetzt erst mal links und schaue nach dem 430 nach dem elc und nach der es 3 die dort spottet waren auf der seite was dort passiert und was dort kommen wird ja zum aktuellen zeitpunkt drei minuten rum und zum beispiel jetzt zum letzten video was er gesehen hat vom kranwagen da waren wir schon mal 5000 schaden sind wir jetzt hier aber absolut gar nicht wir werden das ganze versuchen jetzt hier über zeit zu machen schön in ruhe durchzuziehen auf das 430 jetzt kommt noch die ist drei die nehmen natürlich auch noch mit den frischot und jetzt ziehen wir uns nach vorne eigenschaften von dem 50 bin ich noch gar nicht darauf eingegangen insgesamt kann man sagen der turm ist teilweise sehr sehr angie belastet nehme ich gerade mal nach vorne also wenn ihr es schafft den 50 hier hier also hier zu beschießen rundherum nicht also gar nicht hier drauf sondern wirklich rundherum kommt ihr durch schafft ihr es aber nicht und trefft nur das hier dann werdet ihr abprallen genauso ist die obere wanne die ist sehr sehr bauen sie also wirklich sehr geil bauen sie untere wanne hier dieser bereich könnt ihr ganz leicht penetrieren auch wenn ihr den 50 ein bisschen anwinkelt kommt ihr meistens am turm relativ gut als gegner außen durch prinzipiell finde ich den skin auch sehr sehr geil den wir jetzt hier haben und fahren jetzt erstmal nach hier links vorne sehen jetzt die ist drei der sieht uns nicht wir lassen uns aber wirklich alle zeit der welt zum einzielen nehmen den schuss von der ist drei und denkt mir gut okay den nehmen wir jetzt raus aber da steht noch das 430 jetzt haben wir natürlich eine super möglichkeit wir haben das 430 auf kette er hat schon geschossen wir laden etwas schneller nach als 430 nehmen wir zwar den schuss ja aber im prinzip war mit der kill ganz ganz wichtig dass der sicher rausgeht und vor allen dingen weiter dort gekettet bleibt fährt er jetzt wieder zurück in die kuhle können wieder andere leute auf uns drauf schießen und 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 ganz schwierige runde und jetzt seht ihr vielleicht auch dass man als zehner in so einem match wo wir eigentlich zurückliegen wir verlieren fahrzeuge wir verlieren die flanke da können wir nicht unbedingt irgendwo mit vorne rein fahren in der runde versuche ich so ein bisschen ja eine gewisse art und weise der sniper zu sein der hilft wo er kann ich 50 m hat auch eine sehr geile kanone der leopard hat noch ein tickchen bessere kanone aber der 50 ist auf keinen fall schlecht das dürft ihr auch nicht vergessen also der ist sehr sehr geile kanone und macht auch gut spaß zum snipen super eigenschaft von dem ist natürlich das rammen also wenn ihr damit ein fahrzeug kam macht ihr richtig richtig viele schadens punkte am gegner und nur ganz wenig bei euch selber einfacher grund er ist sehr sehr schwer und an der front sehr gut gepanzert ich stehe jetzt erstmal da warte ab und schaue wie und was sich ergibt im aktuellen zeitpunkt haben wir rechts kaum kontrolle links kaum kontrolle und stehen sehr sehr starr in der mitte die so geht jetzt raus und ich sage mir jetzt okay eigentlich könnten wir ja gleich mal was machen aber erstmal kommt hier kollege 50 dp den ich nicht ja richtig penetrieren kann auf distanz deswegen sage ich mir gut jetzt reicht es mir ich nehme die heat kugel damit ging auch durch gut fein und solange er dort getrackt ist können wir auf jeden fall noch weiter damage drauf machen wir brauchen erstmal nicht wegzurotieren auch der neuner relativ schon ein bisschen drollipanzerung der ein oder andere wird es kennen kommen 60 dp dass dort schon einige schüsse darauf bansen können jetzt ist ganz interessant zu sehen ganz ganz schwer wegen der fehler vom e4 der versucht jetzt hier hochzufahren über die mitte vergisst aber dass wir die ganzen tds hier hinten stehen haben und wird somit bestraft was hätte er besser machen können der e4 hätte auf jeden fall zurückfahren können und über oben also über diese position hier das ist f7 f8 dort lang und dann direkt in der agd so zu bearbeiten wäre sehr sehr effektiver und sinnvoller gewesen als das was er bis dahin gemacht hat ja den e4 werde ich nicht nicht reinbekommen und vor allen dingen jetzt gibt es noch einen kleinen ja tipp wenn ihr wir nehmen jetzt mal an der jagdtiger hier in der base wäre nicht aufgegangen wir wissen der jagdpanzer er 100 steht hier geht vom jagdtiger aus der jagdt steht hier unten das heißt seinen schusswinkel von wo er beschossen werden kann können wir einschränken auf diesen bereich hier oben kann keiner mehr stehen da steht nämlich der kampfpanzer 50 t da ist auch der hügel was ich damit sagen möchte der kampfpanzer der jagdtiger kann nur in diesem bereich irgendwo stehen hinten um den jagdt rauszunehmen alles andere geht einfach praktisch nicht wegen den ganzen hügeln und dünen stein und sonstigen schutzwald für den jagdt also können wir dann schließen mir geht es nämlich darum wenn der jagdtiger nicht spottet wäre und die ganze zeit anspottet ist aber trotzdem eine ungefähre einschätzung wo er ist das heißt das müssen wir abspeichern damit wir wissen okay der jagdtiger ist da der utis ist da da ist der lc even da oben ist der lanzen c um einfach sich praktisch nen bilden ein gefächtbild zu machen wo sind die gegnerischen fahrzeuge und wo sind die schwachpunkte das ist nämlich das ganz ganz entscheidende in so einer runde um dementsprechend ja sowas noch zu carryen und vor allen dingen dann zu gewinnen kurz ein bisschen vorspulen darf mal den einschuss noch auf 50 dp ja ja mix 30 wird auch rausgehen relativ jetzt unspektakulär was hier passiert wir warten hier gerade noch eben hier wieder ein das mit zeit bis das ding voll eingeämmt ist treffe ihn tatsächlich auch wieder und nehmen damit raus das heißt effektiv haben jetzt die around about 5000 schadenspunkte gesniped und jetzt können wir aktiv und aggressiv werden auf was möchte ich jetzt achten der jagdtiger in der base ist auf jeden fall ein großer punkt da müssen wir darauf achten wir haben hier oben den kampfpanzer 50 stehen und ganz hier oben in der ecke seht ihr das ist so ein roter punkt und da ist der lanzen c auch noch so ein kleiner tipp und trick wenn alle fahrt also wenn jetzt hier sowas ist theoretisch gesehen könnte es ja auch ein u-design der da oben steht oder neuner wenn noch neuner medium leben würde wir sehen ja ist das medium symbol schaut dann hier oben einfach hier hin und ihr seht okay die gelbe lampe leuchtet also ist der lanzen c spottet kein anderes fahrzeug gespottet somit wisst ihr genau bescheid okay das ist ein lanzen c der jetzt dort oben steht man muss sich halt dementsprechend nur zu helfen wissen es gibt so viele möglichkeiten in world of tanks deswegen verstehe ich spieler nicht die noch extra mods brauchen okay über den gunmark mod kann man drüber streiten ich bin persönlich absolut kein freund von aber wenn man unbedingt sagt ich brauche und möchte den gunmark mod okay dann bitte ich bin jetzt erstmal raus um zu sehen jagdtiger bist du da werde ich gespottet und ich sag mir okay jetzt fahr ich weiter vor und finde ein wildes ehren 100 den gebe ich ein und auf einmal ja freue ich meines lebens ich bin nämlich gar nicht aufgeklärt oben haben wir jetzt hier folgendes den u-des wird eben wirklich schön wieder ein und ihr seht es auch in dieser runde ich achte wirklich penibelste auf dass jeder schuss sitzt liebe freunde das ist auch ganz ganz ja essentiell natürlich wir haben rng 25 prozent streuung 25 prozent durchschlag höher niedriger 25 prozent damage höher niedriger ja und jetzt habe ich gerade einen richtigen scheiß move gemacht jetzt sagt sie mir eieiei freunde habe ich jetzt gemacht oder steht oben er 100 war schon ready gibt mir eine dabei oben rein denke ich mir mist gebaut jetzt kommt er auf mich zu und pusht aber die heat ist natürlich auch keine schlechte granate und hat bei mir 50 relativ viel pen wo wir jetzt einfach oben seine turmluke zu erwischen er gelingt mir auch tatsächlich wichtig dabei wir dürfen nur nicht zu lange stehen bleiben und müssen immer in bewegung bleiben sonst machen wir es dem gegner zu einfach auch wir können relativ einfach oben gepennt werden habt ihr gesehen praktisch hier oben ist eine möglichkeit aber auch seitlich links und rechts sind ganz ganz große backen wo er praktisch stehende 50 penetrieren könnt also wir haben hier ein relativ schönes umschaltspiel gemacht einerseits sind wir sehr sehr aggressiv gefahren am ende aber auch passiv gesnipet er kann sowohl snipen als auch mal aggressiv fahren hat eine sehr schöne kanone er ist für mich ein sehr sehr schöner allrounder medium den ich jetzt persönlich so für den spieler typ ja ich sage mal so ein mittel also mittelmäßig einschätzt ihr solltet nicht nur als anfänger finde ich den tatsächlich ein tickchen zu schwer er so der zweite bis dritte medium so im mittelmaß also insgesamt denke ich war es eine sehr sehr schöne und solide runde warte mal so jetzt gucken uns das ding hier noch mal an den 50 ich persönlich fand die runde sehr sehr gut weil man einfach auch noch mal eine andere spielsituation sehen konnte hier nicht nur immer vollgas voll drauf sondern auch mal ein bisschen überlegen wir müssen uns auch mal zurückziehen auch mal flankieren mit in dem top tier heavy auch wenn alle immer sagen ja als top tier wie total einfach aber ist es tatsächlich wirklich gar nicht ja die leute die world of tanks auch spielen wissen genau was ich meine ich möchte mich auch erst mal bedanken für euer ganzes feedback unter den letzten videos lasst mir gerne das eine oder andere kommentar auch zu diesem video da ich bedanke mich fürs zuschauen und sage bis zum nächsten mal vielen lieben dank und haut rein ciao kacko